Willkommen zurück zu Tekken 7 auf der Playstation 4. Ja, im letzten Part habe ich mich versehentlich versprochen, das habe ich erst auch während der Aufnahme gesehen, dass ich aus Versehen Playstation 2 gesagt habe. Ja, letztens habe ich Kapitel 1 und den Prolog durchgespielt, heute kommt Kapitel 2, eventuell auch Kapitel 3. Wer ist das? Wer ist das? Der König von Ironfist-Tournament flügt die Luftwaffe, Tag und Nacht. Aber das war mir nichts. Von meiner drab roomie habe ich nur auf den Mondlicht, schaust mich für eine Rheilung. Der Konzept des Verrückte war so vach. Ich habe es als Roboter gelesen, statt Reporter. Es war mit den Mishima Zaibatsu, und es scheint, dass sie den Publiken auf ihre Seite hatten. Die Leute glaubten, dass die Zaibatsu angefangen haben, also es nur natürlich, dass sie die G-Corp als ihre Saviour gesehen haben. However, mein Reporter-Friend kam in meine Hotel und, barely able to contain his excitement, die G-Corps' echte Farben veröffentlicht hat. Die G-Corps' echte Farben veröffentlichte mit ihrer öffentlichen Bildung. Die Bildung veröffentlicht auf das Inziden, das nur ein paar Monate vor dem Jahr. Okay, ist das Eventer Shaheen? Ah, cool! Tekken 5! Intro! Na, jetzt sind wir wieder in der Vergangenheit. Jetzt geht's los mit dem Campen! Ey, jetzt ist doch hier vom Tekken Tekken mein zweiter Spiel! Jack 4! 1 2 1 2 3 1 2 Oh, das war knapp! 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 als ein schadekontakt. Aber als die verrückte Wahrheit begann, hat es nicht so sehr gegründet. Nach der Explosion kam die Verlust von ein paar G-Corporation executives. Die Nachrichten haben es in einer Coincidence gegeben. A series von tragischen Verlusten. Aber die Wahrheit war viel mehr sinister. In reality, an attempt by G-Corporation to take out one of their own had failed, and the man they had targeted became vain for revenge. The missed target's name was Azuya Mishima. After disposing of the guilty parties without so much as dirtying his hands, Mishima began to manipulate G-Corporation and shadows. Typisch! Was? Europa? I was so scared to die. I mean, for the world to destroy the world, it doesn't mean to kill the Kazuya. I must have to be a champion of the world. Sure, you can't be. Planning on using the society's underground network? If you know the top of G-Corporation is a devil, you can see the correctness of your human being. This tournament will be the place of the world. It's time for you. It's time for you. It's time for you. It's time for me. It's time for no time that you are Thei- It's time for you. But you signed the same, MrFanufen, no other people to the have no point in, that must have no bond. It's very nice. There's no scam, too. It's a deadly operation. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, Claudio, du nervst. Oh, das war knapp, Alter. Alter. Ein Scheißmaster. Nein. Was? Ich habe ihn aber doch getroffen, oder nicht? Na klar, einer versuchen. Kann man es überspringen? Was machst du da, Heiachi? Gut, man kann also auch hocken. Oh, gut, dass mein Zauflash aufgefüllt wird. Man! Das! Was? Oh! Ja! Sei un umano, con la forza di un demone! So, ja. Vosio è un'esplosione, che è un'esplosione. Ma... Vosio è un'esplosione, Kazuyama. Questo demone... Vuoi davvero portarti a un simile abominio? Ja, quindi, ti chiedi. Vosio e te, vado a fare il tuo obiettivo. Tu mi cosi è portato, e ti chiedi i chiudici. E te, ti chiedi? Vosio è la ricetta del calcio. Sama, vado a fare il cuore del bar. Io vorrei che scaldi a un'esplosione, e bisogna far le pez di andare a fare la sede. Non è frappola, non è così, ma è vero. Was ist das? Das war's. Ah, ich kann es doch überspringen. Ich warte schon eine ganze Zeit unten, damit die Anzeige kommt, aber nein. Na gut, jetzt habt ihr ein bisschen über Kapitel 4 gesehen. Ich wollte eigentlich jetzt hier aufhören. Gut. Dann bedanke ich mich erstmal, dass ihr wieder zugesehen habt. Dann werden wir uns nächstes mal bei Kapitel 4. Und je nachdem, wie weit ich komme, auch bei Kapitel 5. Okay. Ah, Lars spiele ich als nächstes. Ja, und das wird dann als nächstes kommen. Ja, wie gesagt, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.